Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einem neuen Video. Heute präsentiere ich euch ein neues Twitch-Format oder Projekt, wie man es auch nennen möchte. Und zwar die Hardcore Free-to-Play-Account-Challenge. Dafür werden wir uns einen neuen World of Warships Legends-Account erstellen und werden diesen natürlich Free-to-Play, also ohne Echtgeld auszugeben, spielen. Dieses Format könnte natürlich auch sehr interessant sein für andere Spieler, die vielleicht dieses Spiel erst vor kurzem gestartet haben. Dementsprechend in einer ähnlichen Situation vielleicht sind sie noch nicht sicher, möchten sie Geld ausgeben oder nicht, was kann man ohne Geld machen. Und das wird auf jeden Fall, denke ich mal, eine ganz interessante Sache. Des Weiteren versuche ich natürlich auch so ein bisschen mit meiner Erfahrung, die ich auf jeden Fall habe, so ein bisschen die Entscheidungen zu begründen. Was machen wir als erstes? Wofür entscheide ich mich? Welche Linie grinden wir als erstes? Das werden wir auf jeden Fall dort dann alles live zeigen. Und ja, ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall Bock drauf. Dazu habe ich mir natürlich auch ein paar Regeln überlegt, die wir auf jeden Fall versuchen werden einzuhalten. Vielleicht fällt den einen oder anderen von euch ja auch noch mal eine Zusatzregel ein, die dort vielleicht Sinn machen würde. Aber das sind so die Regeln, die mir spontan eingefallen sind. Keine Dublonen kaufen sollte natürlich selbstverständlich sein für einen Free-to-Play-Account, dass man dort keine Dublonen für Echtgeld kauft. Allerdings, falls wir dort durch Missionen oder Container oder Feldzüge oder gewertete Gefechte oder was auch immer irgendwann mal Dublonen verdienen sollten, die können wir natürlich ganz normal ausgeben. Dann haben wir keine globale Erfahrung zum Boosten ausgeben. Damit ist gemeint, dass wir keine globale Erfahrung nutzen dürfen, um einfach die Schiffe schneller durchzuleveln. Also nicht sozusagen die Verbesserungen überspringen, sondern wir müssen wirklich versuchen, alle Erfahrungspunkte, die benötigt werden, wirklich zu erspielen. Selbst wenn wir die globale Erfahrung erspielen sollten, dürfen wir diese auf jeden Fall nicht ausgeben zum Boosten. Das heißt, selbst wenn uns wirklich nur ein Erfahrungspunkt für das nächste Schiff fehlt, sind wir gezwungen, noch eine weitere Runde zu spielen. Dann haben wir als nächste Regel keine Kapitäne mit Kapitäns-EP kaufen. Man kann ja für 900.000 Kapitäns-EP Kapitäne im Shop kaufen. Diese Option möchten wir für diese Challenge auch deaktivieren, dass das nicht möglich ist. Wir werden natürlich realistisch gesehen sowieso nicht wirklich schnell an 900.000 Kapitäns-EP rankommen, aber das wird auf jeden Fall nicht möglich sein. Regel Nummer 4. Keine Divisionen erlaubt. Mir ist es also nicht gestattet, in einer Division zu spielen. Soll natürlich ein bisschen das Ganze realistischer machen, um dort nicht zwei weitere gute Spieler bei uns im Team zu haben, um einfach mehr Siege zu garantieren, um dort schneller voranzukommen. Deswegen keine Divisionen erlaubt. Regel Nummer 5. Jedes Gefecht muss live gestreamt werden. Das heißt, ich darf auf jeden Fall nicht offline spielen. Wenn ich spiele auf diesem Account, muss ich auf jeden Fall den Stream anmachen auf Twitch, um dort auf jeden Fall für euch alles verfolgbar zu machen. Allerdings würde ich schon sagen, dass es mir gestattet ist, auf jeden Fall mich in den Account einzuloggen, sozusagen, wenn ich quasi nicht streame, um einfach zum Beispiel das Büro einfach weiterlaufen zu lassen oder mir die täglichen Kisten abzuholen. Das sollte auf jeden Fall machbar sein, aber ich darf auf jeden Fall keine Gefechte spielen, die nicht live im Stream sind. Und die letzte Regel, die sollte eigentlich relativ selbstverständlich sein. Ich habe sie aber jetzt dennoch mal zur Klarheit dazu geschrieben. Wir sind natürlich nicht in der Lage, irgendwelche CC-Vorteile zu nutzen. Das heißt, ich kriege keine Leihschiffe oder keine Gratis-Premium-Schiffe oder Tarnungen oder Dublonen jeden Monat. Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Deswegen wird es natürlich auch nicht bei diesem Account möglich sein, irgendwelche CC-Vorteile zu bekommen, um es halt wirklich als Free-to-Play-Account laufen zu lassen. Diese Grundregeln sollten natürlich ausreichen. Wenn euch dort nochmal spontan was einfällt, schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht ergänzen wir das denn sogar noch. Aber ich denke mal, ich habe hier auf jeden Fall das Wichtigste abgedeckt. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn viele von euch dieses neue Format verfolgen würden. Auf jeden Fall auf Twitch live bin ich dort unterwegs, immer wenn ich mal Zeit habe. Ich muss dazu sagen, ich werde natürlich nicht aufhören, meinen Haupt-Account zu spielen. Das wird sozusagen ein Nebenformat. Wir werden auch nicht irgendwie sechsmal die Woche streamen oder sowas. Manchmal ist es vielleicht zweimal, dreimal die Woche, wenn ich Zeit habe. Manchmal vielleicht auch alle zwei Wochen. Das wird auf jeden Fall hier ein Langzeitprojekt. Und ja, wie gesagt, auf Twitch könnt ihr es auf jeden Fall live verfolgen. Ich werde aber auf jeden Fall auch auf meinem YouTube-VOD-Kanal auf jeden Fall die Wiederholungen dort hochladen. Wer von euch vielleicht Twitch nicht nutzen möchte, kann sich dort auf jeden Fall das Ganze anschauen und auch dort verfolgen. Immer wenn ich live gehe, werde ich das natürlich auf Facebook und auch auf meinen Discord-Server teilen. Werde wahrscheinlich auch separat hier auf YouTube sogar noch eine Community-Nachricht jedes Mal machen mit meinem Twitch-Link, damit ihr dort auf jeden Fall Bescheid wisst, wenn ich streame. Und ich habe sogar schon eine sehr, sehr gute Nachricht für euch. In diesem Moment, wo ich das Video hier auf YouTube gestellt habe, habe ich meinen Twitch-Stream gestartet für den ersten Teil dieser Free-to-Play Hardcore-Account-Challenge. Könnt dort also gerne direkt vorbeikommen und beobachten, wie es so losgeht. Und das soll es auch soweit für das Video gewesen sein. Ich hoffe, wir sehen uns vielleicht sogar gleich im Livestream. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Schreibt auf jeden Fall gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Format haltet, ob es Zeitverschwendung ist oder ob es interessant ist. Gerade vielleicht auch für neuere Spieler, wenn man dort anfängt, die dort vielleicht mehr nachvollziehen können. Würde mich doch sehr interessieren. Lasst auf jeden Fall ein Like dann, Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.